Musik Man schrieb das Jahr 2018, als sich an einem kalten Wintertag im Januar vier Buben und zwei Madel auf den weiten Weg in den Westen Deutschlands machten. Nach einer langen Reise über Stock und Stein, bei Wind und Wetter, Hunger und Durst, sind sie an ihr Ziel-Riefrad in der Stadt Bach angelangt. Hier sollte sich etwas Großartiges zutragen. Das erste Spiel der zweiten Bundesliga im Jahre 2018. Und egal, ob sie gewonnen oder verloren haben, heute Abend trinken sie auf jeden Fall ein Bier. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ach, schön. Oh, Carsten Lehmann. Carsten Lehmann, nur ich habe mit Robert gerechnet. Oh. Teamcaptain. Teamcaptain. Papa Schlumpf. War bis letzte Saison unser Captain. Doppelgott. Sehr guter Doppelspieler. Mein langjähriger Doppelpartner. Dafür, dass er relativ alt in Anführungsstrichen ist, spielt er noch sehr gut. Er kümmert sich immer um uns, immer für uns da. Pflichtbewusst, diszipliniert. Gewissenhafter Mensch. Manchmal kriegt er einen Rappel. Gut aussehend. Alles gut auf. Cooler Typ. Aber eigentlich ein ganz cooler Typ. Eigentlich schon immer sehr gut gelaunt. Macht immer sehr viel Spaß mit ihm Zeit zu verbringen. Sehr netter Typ, sehr lustiger Typ. Wird bald Papa. Krass mit Papa. Ist jetzt Papa geworden? Hürndes, äh, unseres Doppels. Ich kann mit ihm leider kein Doppelspielen. Launisch teilweise. Das ist Carsten Lehmann. Körstens. 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 Vielen Dank. 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 Vielen Dank.